Entweder rede ich zu Ende oder ich verlasse diese Diskussion. Weil das wird seit Jahren hier geführt, dass Diskussionen unter den Teppich gekehrt. Nein, das hat wohl damit zu tun, hat mit der islamischen Eroberungsgeschichte zu tun. Damals wurden auch Christen in Syrien und Irak der Wahl gestellt, entweder konvertieren sie zum Islam oder bezahlen sie Kopfsteuer oder werden sie getötet. Und diese Leute haben das auch fortgeführt. Das ist aber die islamische Geschichte, das steht im Koran. Es gibt 25 Verse im Koran, die direkt Tötungsbefehle von Gott auf Ungläubige stehen. Die Inthauptung von Ungläubigen werden zweimal im Koran genommen. Und sie kommen hier und sagen, das hat mit dem Islam nichts zu tun. Kein Wunder, dass viele Menschen in diesem Land verunsichert sind. Nicht nur, weil die Terroristen solche Gräuftate begangen, weil so vermeintlich liberale Muslime das unter den Teppich kehren und somit auch den Fundamentalisten den Rücken stärken. Ich spätisiere, dass man die Angst dieser Menschen immer als Islamophie bezeichnet, denn Phobie ist eine Krankheit und diese Menschen sind nicht krank. Sie haben berechtigte Ängste. Wenn sie das sehen, was nicht nur in der islamischen Welt passiert, sondern hier in Deutschland, wenn sie sehen, was in Großbritannien passiert, und diesen Leuten, sage ich eigentlich, wachsam bleiben, engagiert bleiben, ihre Kritik äußern, auch wenn die Politik das manchmal versucht, unter den Teppich zu kehren.